Das Gefühl der Selbsttröstung, das sich wie ein Schuppentier, wie eine Artischocke, wie ein Zwiebelschale des Jammerelends, der Selbsttröstung als Resultat nach Keuchhusten anfällen, nach Gebrüll, nach Geschrei, nach Gotzhusten, nein, es war nur stundenlanges Geschrei, Geweine und Gehuste bis dann, bis das Häufchen Elend endlich unter Erschöpfung zusammenbrach und dieses Schuppentier, diese Reaktion der Muskulatur auf die Anschuppungen, auf die skandierende Gebelle erlebte, sodass auch das einen Wiederholungszwang des Protesthustens nach sich ziehen konnte, die anderen in Mark und Bein zu erschüttern.